Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Minecraft So, Pool habe ich schon mal ausgekramt, als wir sie hier nur so ne, alt und drehe ich rum, hat man glaube schon und ich will mir auch erstmal ein Lagerhaus bauen, bevor wir jetzt den Pool weitermachen äh, weil wir brauchen unbedingt mehr Drohne, ich will die sortiert haben und ich will es ja verraten haben, dafür werde ich schon mal mittel was gekramt So, ich war nur gerade um, um mir eine Schaufel zu holen und dann kleid mir die mit Holz aus und dann stelle ich sie drüben rein und das sollte nicht passieren Okay So, ich bin Ich habe mich auch mal geschafft, also das ist jetzt noch nicht der neue PC, aber ich habe es mal billige Sichtweite hoch gedreht Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus Den Tisch muss man übrigens aufwendig, ich kenne mir anders Können wir jetzt mal ja laustisch genießen Ja, besser, definitiv Schade Hat er sich auch mal einen Bogen gemacht? Hat mir das nicht schon Weiß ich nicht So, egal Na, runter So, dann gehen wir es rein Ich mach die Folgen doch wieder etwas länger So, dann gehen wir es rein Ach, nee, Eisenhubel ja So, dann gehen wir es rein Aha Toll nicht ich habe auch mal abgeerntet hier und immer ich werde mir die Brücke noch Dreck ist hat hier nicht mit der Kraft ausdecken dafür müssen wir was man geben und hier schalten sie dann separaten Raumbilder sind Ich suche mir auch bald meinen größeren Wald Wenn ich irgendwo dann immer was Settlings kriege, dann kann man ja nicht mal aufpassen Jetzt in den Waldwerch suchen und den Werch aufnehmen, äh, wenn wir in dem Wald sind, weil ich denke, da wird schon was passieren Oh, das war ein großer Baum Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße So, dann geht's jetzt runter Gar nicht So Dann wollen wir zwei So Dann können wir das eigentlich erstmal So So, ich bin halt, ich bin nicht halt. So, ich muss ganz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich muss ganz zählen. Oh ja. Boah, ne, ich habe da zu viel. Oh, 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 ne, ich habe da zu viel. Ach so, das ist unsere Antwort. so dann will ich aus Neto nehmen uns gleich noch Kloster und dann mache ich jetzt hier eine Kiste freilassen Kloster und hier hin Glas hier davor hier wieder links drauf und da eine Kiste also ja das sieht ja das soll hier dann so ein Slap sein dass das auch so ein bisschen Regal werden dann kommt hier immer Kloster und so rein auf die Höhe und dann leuchtet das aus dem aus dem Wäscherndarm aber jetzt kommt erst mal Holzen weil das sieht es doof ich das nicht vergesse dann machen wir das so jetzt und hier kommen zwei Balken hin oder ich will mal ganz kurz gucken wie das aussieht das sind hier zwei Regale bleibt ja dann frei oder hier kannst du ja nichts mehr hinstellen jetzt und dann da und Hier habe ich auch sicher, weil die Kuh denn da war. Die Regalbretter sollten aber Stein sein. Ich weiß nicht, ob die dann auf geht oder müssen wir die Decke noch in Höhe machen. Ist egal, auf jeden Fall kommen jetzt 2, also kommt hier ein Regalbretter. Kein Regalbretter, kein Regalbretter, kein Regalbretter. 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 Oh, ich hab die falsche Tasne getrunken. Aber dann machen wir heute mal an der Stelle schon Schluss. Danke für das Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.